Falls Sie bei mir promovieren, beschäftigen Sie sich damit, wie die erweiterte und virtuelle Realität Hand in Hand mit der künstlichen Intelligenz die Zukunft der Arbeit positiv verändern wird. Bei mir können Sie unter anderem mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Risiken analysieren, managen und helfen, diese in den Griff zu bekommen. Wenn Sie bei mir in der Gruppe promovieren wollen, können Sie sich mit biotechnologischen Methoden beschäftigen, wie zum Beispiel dem Fagendisplay. Sie können therapeutische Ansätze entwickeln gegen Alzheimer oder gegen bakterielle und virale Infektionen. Wenn Sie bei mir promovieren, beschäftigen Sie sich mit dem Internet der Dinge, mit der Software und mit den Anwendungen. Es gibt dort sehr viele technologische Möglichkeiten, tolle Herausforderungen und sehr viele interessante Themen, die es noch zu erforschen gilt. Wenn Sie bei mir promovieren, dann forschen Sie an Themen zur analytischen Chemie, insbesondere zur Umweltanalytik und zur Bioanalytik. Dort gibt es eben viele Fragestellungen, wie man interessante Parameter, die klinisch relevant sind, bei Patienten beispielsweise bestimmt oder wie man Schadstoff in Lebensmittel oder Umweltproben bestimmt. Wenn Sie bei mir promovieren, dann können Sie sich mit spannenden Themen aus den Bereichen Gesundheit, Medizin und Prävention beschäftigen und können dazu beitragen, die Gesundheit der Gesellschaft dauerhaft zu stärken. Wenn Sie bei mir promovieren, lernen Sie nicht nur Mikrofluidik, Point-of-Care-Testing, moderne Diagnostik kennen, sondern auch sehr viele Themen, die damit benachbart sind, haben ein sehr persönliches und nahes Umfeld und sind bei dem Punkt, wo Sie auch methodisch nicht nur das reine Experimentieren, sondern auch Simulation und KI und ähnliches anwenden können. Wenn Sie in meiner Arbeitsgruppe forschen, in der Hochschule Coburg, dann haben Sie die Gelegenheit Mikroorganismen näher kennenzulernen, die in belebten oder unbelebten Umwelten interagieren. Wenn Sie bei mir promovieren, dann erwarte ich Neugier, Kreativität und vor allem Willensstärke und Selbstdisziplin, die bei einer Promotion zwingend erforderlich sind. Im Gegenzug biete ich dafür Feedback, stetige Verfügbarkeit für Rat und Tat und meine Erfahrungen im Bereich Information Retrieval, Natural Language Processing und Machine Learning. Wenn Sie bei mir promovieren, dann arbeiten Sie im Bereich Sensorik und Messtechnik. Das reicht von verschiedenen Anwendungsgebieten, zum Beispiel vom Sensorimplantat im ganz kleinen Bereich bis hin zu größeren Anlagen. Wenn Sie bei mir und in unserem Team in der Bioanalytik promovieren, dann haben Sie Zugang zu modernster Technik und spannenden fachlichen Fragestellungen, vor allem mit medizinischer Ausrichtung. Wir beschäftigen uns mit Themen, die reichen von der Implantatentwicklung und deren klinischen Anwendung bis hin zur Therapieoptimierung und der begleitenden Diagnostik. Promovieren in Coburg bedeutet, im Herzen von Deutschland zu leben, mit kurzen Wegen in die Natur, genauso wie mit schneller ICE-Anbindung an Metropolen. Sie entwickeln sich hier in einem exzellenten, aber auch familiären Umfeld als Forscherinnen und Forscher weiter. Bei uns hier in Coburg können Sie hoch hinaus, und das meine ich nicht nur, weil der Campus Friedrich Streib auf einem Berg liegt, sondern weil Sie auch hoch hinaus in die Wissenschaft können. Sie können auf internationale Kongresse fahren, können dort Ihre Ergebnisse präsentieren und können natürlich hier an der Hochschule in einem spannenden Umfeld arbeiten und überhaupt erst zu diesen Ergebnissen kommen. Jetzt in Coburg zu promovieren, ist eine ganz, ganz tolle Idee, denn wir haben ein ganz neues und sehr modernes Promotionszentrum. Wir haben eine sehr familiäre Atmosphäre, kurze Wege, alle arbeiten miteinander und das Ganze macht riesig Spaß. Die Hochschule Coburg zeichnet sich aus durch viele Kollegen, die in einem forschenden Bereich unterwegs sind und interdisziplinär gern zusammenarbeiten. Wir treffen uns hier beim Kaffee oder bei den schönen regionalen Spezialitäten. Wir haben hier ein tolles Team mit Fachleuten aus ganz unterschiedlichen Richtungen, die super interdisziplinär zusammenarbeiten. Für alle Fragen hat man stets den richtigen Ansprechpartner eine gute Stimmung und eine tolle Atmosphäre. Wir haben viele tolle Kooperationspartner, die Sie unterstützen und außerdem haben wir ein tolles Team im Hintergrund stehen, das uns in jeder Lebenslage hilft. Sie kommen bei uns in ein Team, das über internationale Erfahrung teilweise verfügt in Promotionsverfahren, wo schon viele Promovendinnen und Promovenden erfolgreich abgeschlossen haben. Coburg finde ich faszinierend, weil diese kleine Stadt, ein enges Umfeld, schöne Kultur, tolle Architektur und trotzdem den Hang zu modernen Entwicklungen verbindet.